Hallo ihr Leute, Vala Morghulis. Ich bin schon fertig, ihr glaubt es nicht. Willkommen bei einer neuen Folge von Search Simulator Team Fortress Edition. So, ich habe jetzt schon mal ohne Witz 5 Minuten damit verbracht, diese gottverdammte Kassette hier aufzuheben, damit wir sie jetzt geschmeidig in den Player schieben können. Äh, yes. Oh mein Gott, das war eigentlich schon die OP, ey. Meine Phrasen. Okay, Freunde. So, wir starten noch einmal die Team Fortress Edition. Ich habe diverse Tipps bekommen, unter anderem von It's Zero Time. Danke, mein Freund, ich erwähne dich. Ich, ähm, dafür, also nicht dafür, sondern ich habe jetzt eine ungefähre Ahnung, wie wir den Kollegen hier heilen können. Und zwar, wir waren ja schon relativ weit, äh. Wenn ihr diesen verkackten, ich will jetzt nicht schon anfangen hier zu flamen. So, wir waren ja schon relativ weit. Einfach nur, was ich nicht gecheckt habe, ist, was wir mit diesem Herz machen müssen. Jetzt weiß ich es aber. Zumindest in Zügen, sage ich mal. Wir werden das rausfinden, wie es denn nun funktioniert, aber ich weiß von der Sache her, was ich zu tun habe. Alter, der Basie ist richtig nice. Guckt euch das an. Wir schaben da einmal über. Wuppala. Und es ist einfach direkt gemacht. Das ist ja auch bombig. Okay, wir entfernen mal hier den ganzen, ganzen Plunder. So, das könnte eigentlich schon reichen. Warte mal. Weg. Bitte fall nicht runter. Okay. Okay. So, Freunde. Weiter geht's. Niere raus. Erstmal den ganzen Plunder hier weg. Meine Phrase. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Aus gutem Grund, Freunde. Aus gutem Grund. Denn das Spiel macht absolut aggressiv. Es macht wirklich aggressiv. Und vor allem habe ich einfach nicht gecheckt, wie es weitergeht, ey. Ich bin ja jetzt auch nicht der Typ, der sich dann Sachen anguckt oder so. Denn meine Philosophie ist schon immer, ich will es blind spielen. Entweder ich kriege es raus oder eben nicht. Und ich habe es nicht rausgekriegt. Habe dann das hier. Achso. Habe dann irgendwann aufgehört. Aber dann, wie gesagt, habe ich nochmal Tipps bekommen in den Kommentaren. Und damit werden wir es jetzt nochmal probieren. Und ich war... Ich brauche irgendwas zum Schneiden. Und ich war, Freunde, von der Sache her, gar nicht mal so verkehrt. Ich hatte schon die richtige Idee, nur leider das falsche Hilfsmittel dafür, was dieses blöde Herz gleich angeht. Wie, ich zeige es euch gleich. Jetzt werden wir erstmal vorsichtig mit dieser Gottverdammt-Lang-Machete das Herz hier durchtrennen. Ah. Habe ich hier die stumpfe Seite oder was? Na komm, Junge. Muss ich jetzt... Muss ich das Scheißding drehen, ja? Ah. 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 Okay, ich muss... Ich muss es echt... Oh, oh. Oh, 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 okay. Oh, okay, Freunde. Das läuft ja ganz hervorragend. So, altes Herz. Raus. Komm, Schöner, komm. Ich glaube... Ne, ah. Ich hatte es fast. Ich würde sagen, ich glaube, mich stört da die Rippe. Nein, sie stört mich nicht. Oh, guck mal, wie schön er den Mund auf hat, oder? Lass uns doch da mal das Herz einführen. Nein. Komm, mach die Fresse auf. Komm. Mach die Gusche auf, mein Junge. Komm. Wer geht's hier, blöde Niere da? Weg. Oh, oh, oh. Guckt euch das an. Wie breit will es sich, als es sich anbietet. Komm. Gib mir das Herz. Mund auf. Mund auf. Mund auf. Jawohl, jawohl. Und? Einführen. Au, au, ihr habt meinen Finger. Gib, ah. Mann, ich glaube, es hat so eh den da. Ich kann auf dein verdammtes Gesicht greifen. Was hast du denn jetzt? Ha. Mal los. Oh, wir haben hier einen kleinen Kampf laufen, Jungs. Okay, gut. So, echt, was ist los? Okay, so. Kühlschrank. Das ist auch schon mal eine Sache für sich, ja. Dieser Kühlschrank, ey. Na, wie ging der auf? Wie ging der auf? Zur Seite? Nach unten nicht, oder? Ich glaube, nach unten ging es nicht. War das nicht zur Seite, oder so? Oh, nee, ey. Schon wieder dieser Kühlschrank. Oh. Komm. Ich glaube, von hier. Warte mal. Ich drehe mal die Hand von hier und dann zur Seite, oder? War das nicht so? Oh. Komm. Ich glaube, der geht jetzt. Ja. Ah. Ah. Nein. Nein. Ah. Ich habe ihn zu, Junge. Komm schon. Der ist doch im Grunde schon offen. Jetzt mach es doch. Boah. Oh. Jetzt ist er ganz zu, ja. Oh boy, Alter. Der ist doch schon... Ach so. Oh. Wir brauchen den blöden Hebel gar nicht. Okay. Gut. Okay. Kleines oder großes Herz? Keine Ahnung. Ich nehme mal das große. Oder das Sandwich. Nee. Nee, nee, nee. Wir nehmen das große Herz. Wir werden nicht rumalbern. Komm. Haben wir es? Jawohl. So. So. Jetzt wird es haarig. Jetzt packe ich jetzt erstmal. Ich muss das irgendwie... Ah, hier. Genau. Okay. Warte mal. Warte mal. Ich brauche eine Arbeitsfläche. Ich brauche eine Arbeitsfläche hier. Ich brauche eine Arbeitsfläche. Geh mal weg. Alles weg. Alles weg hier. Einen ganzen Scheiß. Ich brauche das hier alles nicht. Weg, 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 weg. Oder brauche ich das? Nee. Nee, brauche ich nicht. Weg. Los. Du auch. Weg. Weg. So. Okay. Also. Wir haben das. Ah, fall nicht runter. Okay. So. Und jetzt brauchen wir... Das hatte ich sogar schon, ne? Das hatte ich sogar schon. Wir brauchen diese Bombe hier. Oder dieses Dingsbombs. So. Das tun wir jetzt. Komm mit. Das tun wir jetzt mal hier hin. So. Schön vorsichtig. Bitte fallen... Nicht um. Okay. Herz. Herz muss jetzt auf das Ding gesteckt werden. Ist es? Ja. Okay. Okay. So. Das ganze Gerät... Muss ich jetzt... Mit diesem Teil... Warte mal. Kann ich das jetzt schon einführen? Oder... Muss ich das erst besprühen? Also ich muss hier... Dieses Ding hier, ne? Soja muss ich machen. Soweit ich das verstanden habe. Ich muss das Teil... Hier reinhalten. Oder so. Warte mal. So rein. Oh. Oh ja. Oder? Passiert was? Sollte ich gerade was passieren? Halt es mal höher, Junge. Du sollst es hochhalten. Ja. Oh, Leute. Wonderful. Es schlägt. Okay. Jetzt setze ich das Teil einfach mal ein. Wie rum? Wahrscheinlich wurscht, oder? Ich mach mal so rum. Alter, ist das Herz groß. Leck mich doch. Okay. Boom. Aha. Passiert nix. Okay. Aber es schlägt. Andersrum vielleicht? Warte mal. Ich probiere es mal andersrum. Es ist... Wir sind richtig, Freunde. Es ist ja aber eindeutig. Ja, das ist doch beinahe perfekt. Äh... Okay. So. Dann habe ich noch gehört. Man kann das Ding bewegen. Und zwar mit diesem Joystick. Vielleicht müssen wir jetzt noch das Teil... Jetzt noch dran halten. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Naja. Vielleicht müssen wir das Teil... Diesen Strahler jetzt dran halten. Wenn es in dir drin ist. Oder so. Wo ist denn das Ding da oben? Bewegt es sich denn? Man sieht halt nix, ne? Warte mal. Vielleicht erst mal nach vorne. Nach vorne. Aber ich kann es ja greifen. Ja, klar. Ich dussel. Warte mal so. Hab ich es ja. Noch... Oh, es kommt. Es kommt. Tatsächlich. Ja, Mann. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm. Sind wir drauf? Ich treffe, oder? Da war gar so ein Strahl. Treffe ich? Vielleicht noch eine Idee runter oder so. Wie geht das runter? Ne, das ist zur Seite. Äh, nach vorne. Ne, scheiße. Zurück, zurück. Ah, na los. Blödes Ding. Jetzt aber, oder? Oder ich bin leicht daneben, oder so. Warte mal. So? Ne, immer noch leicht daneben. So doch aber. Ich treffe doch, oder nicht? Oder was? Was soll ich jetzt machen? Noch ein Stück zu mir. Ach, runter. Oh. Oh, der hat geleuchtet. Scheiße, was ist los? Was ist los? Mach doch weiter. Leuchte weiter. Nein. Zurück, zurück, zurück. Ah, nicht hoch. Runter, runter. Nein, Mann, du sollst... Aber was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Runter. Ja. Aber komm, ich bin genau drin. Jetzt mach doch keinen Scheiß. Ich treffe doch volles Programm. Was ist los mit dir? Jetzt mach doch fertig. Was soll ich denn noch tun? Soll ich das hier nochmal reinhalten, vielleicht? Hier. Aktiviere jetzt. Verdammt. Es schlägt doch wie die Hölle. Wie rum soll es rein? Das ist jetzt hier noch die Frage, vielleicht. So. Boom. So, Kumpel, es ist... Nein. Okay. Ah, nein. Was machst du denn, Herz? Was machst du? Was machst du, Herz? Bitte. Oh, okay. Danke. Ah, jetzt geht jeder rein. Okay, ich mach mal so rum. Ich mach mal so rum, Leute. Komm, es ist doch perfekt. Was ist denn jetzt noch dein Problem? Treffe ich noch nicht? Bin ich... Hab ich irgendwie Optics? Treffe ich das Scheißding nicht, oder wat? Was ist denn das für eine Steuerung? Alter, komm, es trifft genau. Leute, es trifft einfach nur genau. Was ist jetzt dein Scheißproblem, Junge? Runter, runter. Runter sollst du. Alter, guckt es euch doch mal an, bitte. Es trifft da volle Möhre aufs Herz. Was ist denn zu tun? Ich dachte, ich hab's. So? Jetzt mal ohne Witz. Ohne Witz. Guckt es euch an. Ist mir scheißegal. Guckt es euch an. Es trifft sowas von genau aufs Herz. Also... Ich weiß nicht, muss ich auch einen Knopf drücken? Warte mal, hier. Was ist denn hier an dem Ding hier? Muss ich auch was drücken, vielleicht. Gibt es hier einen Knopf, den ich drücken soll? Das hier? Irgendwas? Du? Nee. Hier unten? Irgendwas? Soll ich irgendwas tun? Irgendeinen Knopf? Ja, das trifft sowas von genau. Okay, ich tue es nochmal andersrum. Das ist doch noch nicht wahr hier. Guck mal, wie das blinkt, bitte. Das ist voll vorbereitet, das Herz. Hier. Hier. Mach es. Mach es fertig. Mach irgendwas damit. So, halt es hier rin. So. Also es ist volles Produkt im Strahler, ne? Kannst du mir nichts erzählen. Es ist sowas von im Strahler. Aber es verändert sich nichts. Ich mach hier nochmal die Bombe rein. Okay. Okay. Wir können es einfach nur nochmal drehen. Wie rum hatten wir es eben? Herz oben. Ja, jetzt machen wir es nochmal Herz runter. Und rin damit. So. Es liegt grandios. Es liegt grandios. Der Strahler ist grandios. Was ist los? Was muss ich tun? Was ist denn? Ist das das scheiß falsche Herz oder was? Alter, ich check's nicht. Was ist hier mit diesem Scheiß? Muss ich irgendwas tun mit dem Ding? Los jetzt. Oh Mann, ey. Nimm es jetzt an. Das ist doch nicht wahr, sag mal. Alter, was ist hier? Der Quest. Muss ich die Bombe aktivieren? Oder was? Nimm. Es ist doch drin, verdammt. Ich weiß es nicht. Es sieht sehr gut aus, soweit. Aber er will es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Und da Strahler. Oh. Oh, was war das? Was war das? Oh. Nein, 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 nein. Runter. Wo drehst du dich denn hin, du? Was ist denn los mit dir, du Möhre? Was, was? Wo drehst du dich denn hin? Nicht auf mich. Hallo. Junge, dreh dich. Was ist denn mit dem Ding? Und man sieht es auch nicht. Das ist zu geil. Das ist einfach weg. Hallo? Alter. Komm jetzt wieder her. Wo ist es denn? Was? Es ist weg. Da. Alter, jetzt komm doch bitte wieder her. Da gedreht. Meine Herren, ey. Das hältst du doch im Kopf nicht aus, Alter. Das. Jetzt dreh dich zurück, verdammte Scheiße. So. Jetzt komm. Dreh dich jetzt so. Nach unten. Nach unten. Du behindertes. Ey, das ist nicht wahr, Junge. Ja. Ja. Runter jetzt. Runter. Ey, du behinderter Strahler. Ich glaub, ich kotze im Quadrat, Alter. Mann. Wieso ist das eigentlich die behinderte Steuerung, die diese Welt je gesehen hat? Was ist denn hier? Dreh dich doch jetzt runter, verdammte Scheiße. Was soll ich denn? Oh, oh. Oh. Leck mich am Arsch, Alter. Was hab ich denn anders gemacht? Das war doch genau das gleiche, wie immer. Wie seit 17 Minuten. Ich hab das gleich... Das hier ist es. Das ist... Random. Das ist... Blöker. Oh ja, Alter. Das ist nicht wahr, ey. Okay. Uber-Hard-Transfer. Oh, hier gibt's was Neues, Leute. Ah, Trump. Ah, okay. Den Penner haben wir schon. Alien. Ne, was dat denn? Äh, wird die Video was jetzt hier? Warte mal. Hä? Wo war das jetzt? Nein. Hier? Ah ja. Genau. Team Fortress. Überhard. Und Trump. Hier, Alien. Was ist mit Alien? Was können wir in Alien machen? Dreckig, Alien. Ich glaub, dafür müssen wir einmal durch hier, ne? Ähm. Warte mal so. Genau. Hier und dann das dritte. Sieht da aus wie Weltall. Oh Gott, Alter. Bin ich froh. Okay, wir haben's geschafft, Leute. Hui. Danke an eure Tipps. An it's the zero time für deinen Tipp. Vielen Dank. Wer es euch gefallen hat, Leute. Lasst mir doch einen Daumen nach. Schreibt mir einen Kommentar. Und abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann. Ich wünsche euch nur das Beste. Macht's gut, Leute. Und ciao.